Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Kinderküche Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Theo Klein 7199 Miele Küche. Diese Miele Kinderküche wird vom schwedischen Unternehmen Theo Klein aus Holz und Kunststoff gebaut. Individuelles Zubehör wie die Armatur und die Aufhängungen bestehen aus Kunststoff. Die Kernkonstruktion besteht aus Holzteilen. Im Lieferumfang dieser Spielzeugküche sind ein Topf mit Deckel, eine Pfanne, ein Schneebesen und ein Holzpfannenbesteck enthalten. Die Einbauküche von Miele hat die Masse 70 bis 30 bis 91 cm. Die Höhe der Küche ist mit den schwarzen Füßen um ca. 5 cm verstellbar. Die Küche wächst mit. Umzug auf Nummer 4 haben wir der HAPE 8018 Küchentraum. Die riesige Holzkinderküche von HAPE misst 93,5 bis 39 bis 75,5 cm und ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Die Spielzeugküche von HAPE aus Holz wird mit 4 Zubehörteilen geliefert. Einem Topf, eine Pfanne, einem Pfannenbender und einer Suppenkelle. Bei der Herstellung der Mehrzweckspielküche wurden die Sicherheitsvorschriften N71 eingehalten. Für den Bau werden Sperrholz, MD-11 Platten und Schimmerholz verwendet. Das gesamte D-Sichen wird direkt auf das Holz gedruckt. Der Backofen hat eine transparente Tür und einen Backofenrost. Die 5 Knöpfe können in jede Richtung gedreht werden. Über den 4 Kochplatten befindet sich eine Aufhängung. Auf Platz 3 haben wir der Janot J06567 Makaronholzherd. Diese Janot Holzspielzeugküche hat ein kindgerechtes D-Sichen und ist in einem leuchtenden Rosa lackiert. Es wird laut Hersteller für Jugendliche ab 3 Jahren empfohlen. Das Set enthält neben der echten Spielküche 5 Zubehörteile, eine Pfanne, einen Pfannenbender, eine Suppenkelle und 2 X-Spielzeugfutter. Die Arbeitsfläche ist 50 cm hoch. Die Gesamtgröße der Küche beträgt 53 by 30 by 78 cm. Für das Küchenbesteck gibt es 3 Haken. Beim Drehen der beiden Drehknöpfe machen diese Geräusche. Auf 2 Kochplatten und im Backofen lassen sich köstliche Speisen zubereiten. Der Backofen und die Schranktür sind beide magnetisch verriegelt. Umzug auf Nummer 2 haben wir der Smobi 312.300 Tefal Evo. Kunststoff macht die Smobi Kinderküche aus. Es kann angehoben oder abgesenkt werden. Die Höhe der Arbeitsplatte lässt sich stufenlos zwischen 50 und 58 cm verstellen. Setzen Sie die Frontplatten auf die Füße und das war's. Die Kunststoffnachbildung ist 118 by 44 by 101 cm groß, wodurch die Kinderküche recht geräumig wird. Insgesamt 40 Artikel sind im Paket enthalten, darunter Kochgeschirr, Tassen und Laser. Zur robusten Smobi Spielzeugküche gehört ein Backofen mit verschiebarem Backofenrost. Im Kühlschrank befindet sich ein Regal und der Herd verfügt über ein Sprudelwasserspiel. Auf Knopfdruck sprudelt und kocht es Wasser. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Eicheron. Die Eicheron Kinderküche hat einen realistischen Stil, der an die riesige Küche von Mama und Papa erinnert. Zwei Kochplatten und passende Drehknöpfe sind in der Spielzeugküche mit Ausstattung enthalten. Über dem Kaminofen ist eine Dunstabzugshaube installiert. Ein Backofen, eine Mikrowelle und eine Spüle vervollständigen die Ausstattung. Die Kinderküche aus Holz ist laut Hersteller ideal für Kinder ab 3 Jahren. Mit den Massen 36 x 69 x 99,5 cm ist er klein genug, um in kleinere Kinderzimmer und Spielplätze zu passen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UG-Date-Kanal zu abonnieren.